Heute ist Dütatsch Feuerwehrmann tätig. Genau, und jetzt seht ihr mal, wie ein richtiger Mann lächelt. Es brennt, es brennt! Und das, Flamme! Und das, er gibt dich! Ah! Heiß, heiß, heiß! Kokus, Kokus, Dingsalabim, hör auf zu brennen oder ich verflamme dich! Ah! Heiß, 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 heiß! Meine Materialien sind mir ausgang. Es ist kein Beruf für mich.